Was? Fußball? Hä? Was? Ich kenne die Regeln nicht. Ich weiß nicht, was ein Abseits ist. Was ist das? Wenn der Schiri pfeift, sagen wir es so. Aber die haben doch immer Unrecht. Das ist irgendwie so eine Regel, damit die Stürmer-Meter ein bisschen genervt wurde. Oh, da kommt der Pass. In welche Richtung müssen wir? Ich darf in das Tor da! Das ist glaube ich uns. Wow! War das unseres? Jetzt kommt der Pass zu seinem Tor. Mehr zu dieser einen Linie, die da vor dem Torwart ist. Welche von den beiden? Ja, sehr gut. Und jetzt. Perfekt. Das hat mich berührt. Aua, der Ball hat wehgetan. Gehst du mir? Passt! Ich hab versucht! Nach vorne, nach vorne. Aua, Alter, Ball! Foul! 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 Mach doch! Abseits! Oh, Torwart! Wo ist denn der Torwart? Was ist das denn? Torwart, geh raus! Schuss! Ja! Hör mal! omb divine Ball für einen zugltil. Hör mal! Ick- A drücken, so passt! Los, wir luten! Ja ja! Ja ja ja! Welche Schuss? Gutしまad... Eedell Professionsgesache! Oooo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020